Mein Name ist Albert Wiedemann. Ich bin Produktionsleiter bei der Firma BSF Swissphoto in Berlin-Schönefeld. Wir gehören zu einem Unternehmen in Deutschland und der Schweiz, haben mehrere Niederlassungen in Deutschland und in der Schweiz. Die Geschäftsbereiche sind 3D-Mapping und Ingenieurvermessung und ich bin eben für den Bereich 3D-Mapping verantwortlich. Wir haben im Wesentlichen die Kundensegmente öffentliche Verwaltungen. Wir haben Infrastrukturmanagement und Geodatenhändler oder Geodatenverwalter wie Microsoft oder Google. Unsere Firma zeichnet sich dadurch aus, dass wir ein eigenständiges, mittelständisches Unternehmen sind, das die komplette Produktpalette im Bereich des 3D-Mappings anbietet. Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich ist.